Oha, es gibt wieder neue Meldungen von der wirtschaftsweisen Veronika Grimm, was Rente und Rentner angeht. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden nicht überrascht sein, dass da keine Forderung von der Frau Grimm kommt, die Rente anzuheben oder das Rentenalter abzusenken. Nein, nein, Sie wissen ja schon, das gab es, ich weiß gar nicht wie oft, in dem letzten Jahr allein schon. Aber jetzt mal was Neues. Und zwar, die Frau Grimm will jetzt nicht die Rente mit 63 abschaffen. Nein, es kommt was Neues. Die Frau Grimm will keine Rente mehr mit 67. Frau Grimm im Übrigen nicht nur wirtschaftsweise, sondern auch Universitätsprofessorin. Und demnach könnte ich mir gut vorstellen, dürften Sie wie viele andere Professoren auch verbeamtet sein und irgendwann mal eine üppige Pension bekommen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, das nur mal so am Rande. Aber die Frau Grimm fordert oder ist der Ansicht, dass das Renteneintrittsalter in Deutschland steigen muss. Sie ist der Auffassung, dass das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Erst Mitte Mai hat sich die Ampelregierung auf das Rentenpaket 2 geeinigt. Sie haben das mitbekommen nach zähem Ringen, nach wilden Streitereien. Und nun zieht die wirtschaftsweise Veronika Grimm den Beschluss doch etwas kritisch. Sie ist der Auffassung, dass das Rentenpaket die Lage der Rentenversicherung verschlechtert. Und sie sagt, dass wir dringend eine große Rentenreform benötigen. Die würden wir am besten schon gestern benötigen. Das waren so im Kern die Aussagen, die die Frau Grimm in einem Interview mit der Rheinischen Post geäußert hat. Sie betonte noch einmal, dass eine Anhebung des Renteneintrittsalters aus ihrer Sicht einfach unausweichlich sei. Nach ihrer Auffassung kommen wir einfach nicht mehr drum herum, das gesetzliche Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln und ab 2031 schon dann langsam über 67 Jahre hinaus weiter anzuheben. Sie sagt, dass die Rente mit 63 oder aktuell 64 und so und so viele Monate, dass diese Rente für besonders langjährig Versicherte, diese abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte, so heißt sie ja eigentlich, jedenfalls, dass die sich größter Beliebtheit erfreut. Unternehmen würden Ältere mit großzügigen Frühverrentungsprogrammen früher in den Ruhestand schicken. Und da ist sie der Auffassung, dass das so nicht weitergehen kann. Und wie ich es schon sagte, dass die Rente bzw. das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Also arbeiten bis zum Umfallen. Meine Damen und Herren, an der Stelle mal ganz klipp und klar, jede Erhöhung des Renteneintrittsalters ist eine Rentenkürzung für sie. Also nicht für die Bestandsrentner, aber für alle, die noch nicht in Rente sind. Denn hier kann man es ganz einfach rechnen. Wenn Sie ein Jahr später in Rente gehen, als Sie heute noch davon ausgehen, dann sind das zwölfmal Betrag X, den Sie als Rente bekommen würden, der Ihnen mindestens fehlt. Und da habe ich noch gar keine Zinsen und Zinseszinsen einfließen lassen. Schreiben Sie mir gerne mal in die Kommentare, was Sie von der neuesten Forderung von der Frau Grimm halten. Würde mich mal interessieren. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns natürlich in meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Das war es von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.